Hallo Pforzheim, ich freue mich total, dass ich heute mit euch demonstriere und Flagge zeige gegen rechts. Und jetzt freue ich mich, dass unsere Bundesdemokratieministerin euch eine Botschaft nach Pforzheim sendet. Ja, liebe Katja, herzliche Grüße nach Pforzheim. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Engagierte, die sich engagieren, die eintreten für Freiheit, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und gegen Populismus, Hass und Hetze. Ich grüße euch, ich will euch alle Rückendeckung geben. Es ist wichtig aufzustehen und dafür zu sorgen, dass eben nicht gesagt werden kann, das wird man ja wohl mal sagen dürfen, sondern dass Menschen auch sagen, hier ist eine Grenze. Es gibt Dinge, die kann man eben nicht sagen und es gibt Dinge, die kann man eben nicht tun. Und wenn es Menschen gibt, die das doch machen, die auf Kosten anderer sich profilieren, dann ist es wichtig, dass andere aufstehen und sagen, das nicht. Wir wollen ein freies Land, wir wollen ein weltoffenes Land, wir wollen ein internationales Land und wir brauchen eine starke Demokratie, für die Menschen eintreten. Danke, dass ihr heute alle da seid. Ein herzlicher Gruß aus Berlin.